Heute geht es um Smacky DLZ Creator XS. Bevor wir allerdings zum Test kommen, möchte ich etwas machen, was ich auf dem mittlerweile über 10 Jahren YouTube so wahrscheinlich noch nie gemacht habe. Zugestehen, dass ich Unrecht hatte. Ne, kann ich kein Straight Face halten. Soweit möchte ich da nun auch wieder nicht gehen, aber das bezieht sich auf den Test des großen Bruders, des DLZ Creator. Und die, die den Test damals gesehen haben, haben vielleicht schon so einen leicht negativen Unterton bemerkt, wobei ich euch da fast schon eigentlich gesagt habe, woran es lag. Aber ich habe auch auf ein paar Kleinigkeiten, in denen ich persönlich gesagt habe, ein bisschen stärker drauf rumgeritten. Und als Ganzes wirkte der Test dann halt vielleicht ein bisschen negativer, als er hätte sein müssen. Ich habe mir da allerdings in der Folgezeit eben ein paar andere Tests angesehen, auch im Vergleich zu dem Rode, das ich damals eben verglichen habe, obwohl ich es nie getestet habe. Und musste mir dann eingestehen, das Gerät ist doch wahrscheinlich besser. Und dann habe ich lange Zeit überlegt, ob ich nicht ein Video machen soll, um das Ganze zu berichtigen. Aber dann dachte ich mir, das haben so wenig Leute gesehen, das lohnt sich nicht. Aber jetzt eben ist der passende Zeitpunkt da, das zu machen. Und ich sage jetzt mal, ich gebe jetzt im Prinzip, auch wenn es mir nicht gefällt, zu, dass ich damals nicht ganz objektiv war, dass meine Meinung ein bisschen getrübt war, was allerdings auch teils eben, zum großen Teil, an meinem Kontakt bei Mackie lag. Denn alle meine, sagen wir mal, Sachen, die mir nicht ganz gut gefallen haben, oder ein paar Beschwerden, ein paar Verbesserungsvorschläge, die ich so hatte, wurden mir nicht irgendwie zugesprochen. Und teilweise wurde ich gefühlt fast schon versucht, vom Gegenteil überzeugt zu werden. Und bei sowas reagiere ich halt echt allergisch. Aber ich sage jetzt mal auch, wenn ich mit der Art und Weise, wie mein Kontakt mir geantwortet hat, vielleicht nicht ganz so zufrieden bin, sollte ich das halt nicht irgendwie an einem Gerät auslassen. Muss ich allerdings dem Gerät jetzt mittlerweile, ob es jetzt das DLC Crate ist oder auch eben dem XS, eines zusprechen. Normalerweise, wenn überhaupt, gibt es Updates, die nur Bugfixes machen. Hier allerdings wurde mit der Zeit eben wirklich auch an den Features gearbeitet. Und die, die ich damals vermisst habe, beim Engl, aber dass sie nicht da sind, wurden teilweise hinzugefügt. Und teilweise recht große, ich sage jetzt mal, Omissionen, die ich hatte, sind jetzt da. Ja, deswegen ist es meiner Meinung nach jetzt der I-Detail-Zeitung nochmal durch alles durchzugehen, aber auch wirklich durch alles. Das heißt jetzt nicht, ich werde alles gut reden, denn ich werde am Ende des Videos auch noch sagen, was ich gerne in Sachen Hardware, aber auch teilweise in Sachen Software geändert haben würde. Hardware geht natürlich nur für eine Version 2, aber 1, äh, ich meine 2, die Sache mit der Software und ein paar Feature-Veränderungen sind jetzt noch möglich. Und die würden das Gerät für mich nochmal besser machen. Möchte ich jetzt allerdings schon klar machen, so wie es jetzt ist, bin ich viel happier, bin ich echt zufrieden mit dem Gerät, du kannst empfehlen, aber das bezieht sich auch in erster Linie für mich zumindest auf das XS. Aufgrund dessen allein, weil es viel, viel kleiner ist. Und ich blende euch einfach mal ein Bild ein, als ich das Normale noch da hatte, das habe ich übrigens wieder zurückgeschickt, weil ich es ausgetauscht habe durch das, seitens Maggie, danke, dass das geklappt hat. Das Große des DLC Creator war einfach viel zu klobig. Und natürlich Leute, die jetzt die 4XLR brauchen und einfach noch mehr Inputs oder eben Regler und so weiter, für die ist das das Passende. Für jeden Normalo in einem kleinen Heimstudio, YouTube-Möchtegern-Studio, ist das Kleine hier einfach aufgrund der Größe so viel komfortabler. Allerdings, bevor wir dazu kommen, möchte ich kurz zur Verarbeitung kommen. Die ist, würde ich sagen, leicht über Maggie-Durchschnitt, wo das normale noch Maggie-Durchschnitt war. Das heißt, das ganze Gerät fühlt sich ein bisschen hohler und das Plastik ist jetzt nicht super mega hochwertig. Aufgrund dessen allerdings hier in dem deutlich kleineren Gerät, also ich sage jetzt mal kleiner als die Hälfte, allerdings wahrscheinlich mit ähnlich viel Innereien verbaut, wirkt es deutlich dichter, dadurch auch hochwertiger. Das Plastik selber hätte ich immer noch ein bisschen mehr Premium-Feeling und verarbeitungstechnisch ein bisschen robuster, denn gerade an der Ecke hier hört man ab und zu knacken und auch hier, gerade wo man die Taste hier drückt. Bei normaler Nutzung weniger ein Problem, ist es eigentlich okay, aber es könnte sich meiner Meinung nach einfach nochmal ein bisschen robuster, hochwertiger anfühlen. Aber ansonsten, diesmal alles okay. An der Unterseite weiß ich ja, da haben Sie ein paar Tests beschwertet, da gibt es kein Gewinde oder so, ich habe es eh nur auf dem Tisch, mich stört es jetzt nicht. Ansonsten kommen wir mal kurz zu den Ein- und Ausgängen und so weiter und so fort, was wir da hinten haben, sorry für die ganzen Kabel und so weiter. Wir haben leider immer noch einen Netzteilanschluss. Ich hätte es recht gerne über USB gelöst, USB ist mittlerweile stark genug, auch wenn es dann vielleicht über ein USB-Netzteil gewesen wäre oder sonstiges. Dann ein- und ausschalten, das Gerät braucht glaube ich so 35 Sekunden zum Einschalten. Habe ich damals noch bemängelt, ist zwar im Prinzip immer noch nicht super, aber ich habe jetzt einfach folgendes gemacht, wenn ich einen PC einschalte, man braucht über zwei Minuten mittlerweile zur Hochfahrt, ist das Ding dann schon längst ewig an. Also eigentlich kein wirklicher Kritikpunkt. Ansonsten gibt es noch einen Micro-SD-Kartenslot, USB, also für Quellen, weil ihr darauf ja immer einen aufnehmen könnt. Dann gibt es einen Ethernet-Anschluss und das mit der Zeit, mit dem Update, hat einen riesen Unterschied gemacht. Dann eben USB, dann gibt es noch ein In für Smartphones. Das Ganze funktioniert dann, wenn ihr eben Leute einbinden wollt, aber das geht auch per Bluetooth, das gibt es ja nämlich auch. Dann Main-Out für Lautsprecher, dann zwei Kopfhörer, dann zwei Inputs und dann noch eben XLR-Combo. Da gab es ein bisschen mehr bei dem Großen, gerade auch glaube ich vier Kopfhörer-Ausgänge. Aber wie gesagt, für das normale Heimstudio hier ist das alles mehr als ausreichend. Aufgrund der Größe hat man allerdings auch ein paar Sachen verzichten müssen. Einmal gibt es ja keine Slider mehr, sondern Drehregler, wo ich ganz ehrlich sein muss, ich die Drehregler fast bevorzuge. Ich weiß, Profis machen das sicherlich nicht, aber bei meinem war es ja der Fall, dass wenn ich zum Beispiel auf diesen grünen Punkt erreichen will, erstens, das ist allerdings immer noch der Fall, ist es nicht nur ein einziger Punkt, also ihr könnt da ein bisschen drüber schießen oder drunter schießen und es zeigt noch grün, aber bei meinem war, wenn ich alle auf der gleichen Position hier auf dem Display hatte, waren die Regler nicht alle auf der gleichen Position. Hier ist es diesmal der Fall, also alle Drehregler sind so leicht über dem U, so leicht schräg drunter und dann passt das Ganze hier auch. Allerdings müsste ich auch hier immer nochmal erwähnen, dass ich das gerne ein bisschen feinfühlige hätte, speziell bei denen hier, denn die haben eine Rasterung und diese Rasterung ermöglicht teilweise Wertänderungen zwischen dem Rastern. Also teilweise könnt ihr nicht einfach auf 0 kommen, sondern ihr landet auf 0,1 oder dann auf plus 0,4. Ich probiere es jetzt, seht ihr, plus 0,4 oder ich gehe mit dem ganzen Klick auf 0,7. Wenn ich es irgendwo da zwischen einrasten lasse, komme ich dann auf 0,1. Also ich kann nicht immer direkt saubere 0 verwischen, was ich irgendwie nicht noch ganz nachvollziehen kann. Ansonsten allerdings gehen wir mal mit der Helligkeit ein bisschen runter. Ich glaube, das ist für das Display hier ein bisschen zu hell. Mit meiner Kamera. Was ich dann hier noch vermisse, ist, dass die Tasten drückbar wären, dann könnte man muten oder vielleicht ein paar Optionen ändern. Plus noch die Tatsache, dazu kommen wir gleich schon mal. Hier gibt es ja recht viele Eingänge, alle auch regelbar, aber eben nicht alle direkte, denn 5 seht ihr hier, aber ich habe hier ja mehr. Die sind hier regelbar mit dem Drehrad. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, man hat ja aufgrund der Größe einfach ein bisschen spart, aber warum kann ich die Drehregler oder die Dinger hier nicht bestimmten zuweisen? Denn dummerweise sind gerade die für mich wichtigen USBs auf diese seitlichen gelegt. Und ihr seht schon, wenn ich jetzt die drauf drücke, hier habe ich ja keine Taste zu muten, hätte man vielleicht hier zufügen können, hier ist das Ganze dann per Software gelöst. Und dann verschiebt sich auch noch die Skala, was ein bisschen komisch ist. Deswegen, freie Belegbarkeit wäre super, weil wenn ich das zum Beispiel gar nicht brauche, diesen Input, setze ich mir USB da drauf, hätte schon einige meiner Probleme gelöst, wie zum Beispiel auch die Tatsache, dass, wenn ihr oft viel verstellt, es ein bisschen wonky ist, denn jetzt zum Beispiel kann ich die Lautstärke regeln vom Kopfhörer. Nice. Sobald ich aber hier drin bin und vielleicht am EQ regle, ist das für was ganz anderes belassen. Also das wurde mir damals auch schon gesagt, man macht vielleicht so eine Log-Funktion, dass bestimmte Tasten fest immer eine Funktion haben, ist hier nicht der Fall. Und deswegen fände ich es ganz gut, hätten die vielleicht hier oder einfach noch einen zusätzlich, ein Drehregler gemacht, der Custom ist, der genau das, aber auch dann nur das macht, was ihr wollt. Vielleicht per Tasten durchdrückbar, also zum Beispiel drücke ich drauf, dann ist es Kopfhörer, drücke ich nochmal drauf, ist es vielleicht eine andere Funktion. Oder aber eben Drucktasten hier, dass man die Kanäle muten kann oder auch sonstiges. Also da gäbe es noch viel Spielraum, wären das allein nur Tasten gewesen. Ansonsten setze ich mal kurz meine IEMs ein, dass ich auch abhören kann, was ich euch da jetzt nachher vorstellen kann. Aber das alles, wie gesagt, sind jetzt keine Riesendinger, müsste man vielleicht noch erwähnen, dass die Tasten, die sind lautlos, aber teilweise ein bisschen stärker gedrückt werden müssen. Also die empfangen nicht immer. Genauso wie bei dem Display, habe ich ja damals auch schon gesagt, manchmal ist es ein bisschen zu übersensibel, also teilweise komme ich mit, nicht mal den Fingern, sondern mit einem Kabel drüber und es regiert und teilweise ist es nicht sensibel genug. Also da hätte man vielleicht ein bisschen optimieren können, aber passt auch. Zumal meins hier und hier so ein bisschen Lightbleed hat, wenn es aber mal an ist, seht ihr davon nichts mehr. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir durch das ganze Gerät mal in Sachen, ich nenne es jetzt mal Software durch. Und da gibt es, wie damals auch schon, einen Easy Enhancement Pro Mode. Damit ich euch eben alle Optionen zeigen kann, sind wir jetzt im Pro Mode. Ihr könnt die Sprache auch ändern, aufgrund dessen, da ich die ganzen Begriffe alle nur auf Englisch kennen lasse, ich es jetzt einfach mal auf Englisch. Ansonsten könnt ihr jetzt hier mit den Drehreglern Screen Helligkeit regeln. Nice. Helligkeit der Tasten und wie hell die gedimmten Tasten sind. Also seht ihr es hier jetzt, seht ihr es ja leicht, aber ich will die eigentlich nicht beleuchtet haben, wenn sie nicht funktionieren oder nichts tun. Ansonsten bei Bluetooth, könnt ihr Bluetooth verbinden, SD-Karte formatieren und so weiter, USB-Drive. Dann bei Recording, das ist jetzt nur fürs Recording gedacht. Könnt ihr jetzt aussuchen, ob das Stereo oder Multitrack ist, ob man auf SD oder USB aufnimmt, also beides gleichzeitig geht nicht. Dann Bypass Processing, das heißt praktisch, auf der SD wird nur das pure Signal aufgenommen, nicht mit den ganzen Features und so weiter. Post-Fader dann genauso, also die ganzen Pegeländerungen sind entweder auf der Aufnahme oder eben nicht für euch einstellbar. Finde ich auch praktisch und dann eben One-Tap-Record. Dazu vielleicht später noch mehr. Ansonsten USB kann man eben aussuchen, ob da das Signal, Stereo oder Multitrack, NDI, ob ihr Mono habt, Stereo oder Off. Und das ist jetzt eben schon eine riesen Verbesserung. Ihr habt jetzt über Ethernet NDI. Das heißt, ihr könnt auf das Gerät über das Netzwerk an einem komplett anderen PC zugreifen. Und damals habe ich ja gesagt, ich finde es blöd, dass hier nicht wie bei dem Lurid Connect 6 ein zweiter USB-Anschluss da ist, dass ich eben meinen Sound am besten eben abgreifen kann, weil damals über manche Ausgänge mit meinen Soundkarten und so weiter gab es da eine Brummenschleife oder Sonstiges. Jetzt kann ich einfach per NDI gehen und kann meinen Spielsound eben per Ethernet an dieses Gerät, wenn ich es aufnehmen will, eben übertragen und dann Dual-PC-Setup-Stream machen. Und das ist riesig, diese Aktion. Ihr könnt wahrscheinlich noch deutlich mehr machen. Da gab es von Senpai Gaming mal ein Video, wo das genau erklärt hat, aber für die ganzen Sachen habe ich jetzt weniger Nutzen von. Ansonsten gehen wir jetzt mal durch. Channels und so weiter. Also ihr habt teilweise, ihr habt vielleicht schon gemerkt, für Mikrofonen hier oder eben Sonstiges, paar andere Funktionen. Was ich jetzt mal machen werde, ist Bypass or Processing. Das ist das pure Signal ohne Bearbeitung. Was wir hier jetzt haben, ist einmal 48 Volt ein oder aus. Gain können wir hier einstellen. Aber es gibt eben diesen super Automatic Gain Control. Die dauert auch, glaube ich, maximal 5 Sekunden. Also drückt drauf, redet ganz normal, Pegel wird eingestellt. Und das ist super zuverlässig, super schnell, super easy. Der Pegel ist echt korrekt. Da muss man nichts dran ändern. Wenn ihr wollt, natürlich könnt ihr ein bisschen. Und auch jedes Mal im Prinzip mit dem gleichen Ergebnis. Je nachdem, wie laut ihr redet, schwankt das vielleicht. Also nicht mal plus, minus 1, sondern um 1, 1 dB. Dann könnt ihr hier Reverb und Delay einstellen. Das ist nachher für die Effekte noch zu benutzen. EQ. Ihr könnt euch bestimmte Profile speichern. Ihr habt einen 3-Band Equalizer. Ihr seht ja auch schon einstellbar mit eben Band, Gain und eben auch Q-Wert und so weiter. Highpass Filter ist drin. Den habe ich auch. Also jetzt im Moment ist es ja sowieso Bypass or Processing. Schalten wir das mal ein, dann kann ich es euch zeigen. Wobei, ihr werdet jetzt bei der Aufnahme so keinen Unterschied bemerken. Dann gibt es ein Gate. Wenn ich es ausschalte, hört ihr jetzt, gerade wenn ihr den Test mit Kopfhörern anseht, ein sehr lautes Rauschen. Liegt allerdings nicht am Gerät. Es liegt an meinem Mikro. Das hat leider mit 21 dB ein sehr lautes Self-Naus. Und da ist es wirklich praktisch, dass ich das in Real-Time eben mit einem Noise-Gate machen kann. Meins ist jetzt nicht optimal eingestellt vielleicht. Ich habe das jetzt einfach Original-Visual einfach übernommen. Man kann es noch ein bisschen tweaken, aber das Ganze passt schon mal. Ansonsten gibt es noch einen Kompressor. Auch hier natürlich Presets. Auch schon welche, die vorher dabei sind. Dann gibt es das Ganze eben mit rund oder eben eckig. Sage ich jetzt mal leidenhaft. Ihr könnt auch Gain draufgeben und so weiter. Also auch das ist schon mit drin. Was ich saupraktisch finde, ist ein De-Esser. Also gerade wenn ich den ausschalte, bei bestimmten Situationen, je nachdem. Also hört man... Ist ein bisschen sanfter. Aber auch hier eben das alles, das sind schon Pro-Level-Dinger im Prinzip. Mit Threshold, Range und Width und so weiter. Und dann könnt ihr euch zum Beispiel so ein komplettes Setup auch eben abspeichern als eines. Gut. So, bei FX. Das ist noch da wie auch früher. Ja, das heißt Reverb und so weiter. Jetzt müsste ich halt ganz kurz mal, nur dass ihr das seht, hier ein bisschen dazu machen. Also ihr hört es jetzt auch schon. Jetzt sind Effekte an. Wenn ich den jetzt ausschalte... Warte mal, dann muss ich aber beide ausschalten. Jetzt ist es wieder normal. Also hier jetzt. Jetzt hört ihr es. Jetzt habt ihr eben die Auswahl. Ihr könnt es allerdings eben auch noch selber anpassen. Und das Ganze so eben auch. Beim Delay. Es gibt verschiedene. Bla, bla, bla. Ich finde es jetzt nicht wirklich, also nichts, was ich brauche, aber für manche bestimmt praktisch. Dann bei Media. Da könnt ihr verschiedene Sachen drauf speichern, weil ihr könnt ja eben direkt drauf aufnehmen. Dazu kommen wir noch. Snapshots, das ist im Prinzip die komplette Einstellung, die ihr vorgenommen habt, wenn ihr es für ein Szenario braucht. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Szenario, so wie ihr alles eingestellt habt, auch irgendwo mitnehmen wollt, nur fürs Podcasten, dann nehmt ihr das. Oder fürs Streamen zu Hause und so weiter und so fort. Dann die Pads könnt ihr belegen. Und da ist jetzt eben ein großer Punkt dazugekommen. Und zwar. Gehen wir hier mal drauf. Es gibt jetzt Stream Effects. Weil das habe ich ja damals gesagt. Warum gibt es das nicht? Bla, bla, bla. Jetzt gibt es das. Es ist vielleicht noch ein bisschen limitierender, wie ich es gern hatte. Aber okay. Also neben Reverb und Delay gibt es einen Telefonmodus. Also ich kann euch das mal zeigen. Ihr hört es vielleicht schon. Die Stimme wird halt ein bisschen verfälscht. Und hin und her, bla, bla, bla. Das finde ich jetzt nicht spannend. Was aber ganz cool ist, ist eben Pitchhift. Also einmal, wenn ich es einschalte. Also ich habe es mir hier auch per Taste belegt, aber auf dem zweiten Mikrofon. Aber jetzt müsste es eigentlich auch gehen. Also jetzt kann ich direkt wechseln. Haha, sieh dir, das ist doch praktisch. Denn ich habe mir auf die Taste eben gesetzt, dass ich Pitchhift habe. Und jetzt kann ich zum Beispiel... Ego-Klick zu stellen. Oder eben komplett hoch. Das wäre so Chipmunk. Also Pitchhift allein ist cool. Dann gibt es auch noch Disguise. Disguise klingt ein bisschen heavy. Ist... Nein, ja. Ist Spaß. Ihr könnt es auch ein bisschen schwächer machen. Und dann gibt es eben auch noch... Small Robot. Medium Robot. Large Robot. Wo ein Large Robot eben ähnlich ist wie im Pitchhift. Bla, bla, bla. Okay. Das können die machen. Dann könnt ihr einstellen, ob das per Hold ist oder per Toggle. Ob ihr... Allerdings weiß ich gerade nicht, wer war es. Deswegen möchte ich es auch nicht drücken. Locals only. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Stream macht und ihr wollt im lokalen Netzwerk mit jemanden reden oder ich glaube sowas ähnliches, dann hört auch euch nur der. Das Ganze gibt es auch ein paar Intercom, wo dann nur bestimmte Quellen, bestimmte Sachen hören und so weiter und so fort. Dann gibt es noch ein Fade. Ein Ducking Feature gibt es mittlerweile. Schalte ich allerdings mal wieder zurück, denn so habe ich mir das belegt. Ansonsten bei den Pads, was ich ein bisschen komisch finde, wenn ich jetzt zum Beispiel hier diesen hier löschen will und ich will zum Beispiel einen neuen eröffnen in B und ich will jetzt hier ein Sample. Die Sample Library ist weg. Also ich weiß nicht, wo die drauf war. Weil ursprünglich sind ja die Sounds noch alle da. Eventuell dadurch, dass ich ein Reset gemacht habe, sind die verschwunden. Ihr könnt allerdings auch eigene aufnehmen. Ich habe jetzt in irgendeinem Test gelesen, man kann sicher nicht direkt editen. Ich weiß nicht, ob das per Update gekommen ist. Ich habe das jetzt nicht wirklich probiert. Wenn wir da so ganz normales Sample aufnehmen, ist kein Ding. Das können wir zum Beispiel einfach mal live probieren. Also ich gehe jetzt mal auf B3, Record New Sample, nehme auf und jetzt kann ich zum Beispiel, ne, habe ich nicht, weil ich quenne nicht, aber ich könnte jetzt irgendwas reden, bla bla, stoppt es. Und jetzt kann ich das per Taste eben abspielen. Ich habe es jetzt gerade lautlos, hier hört es. Wartet mal. Und jetzt kann ich zum Beispiel, ne, habe ich nicht, weil ich quenne nicht, aber ich könnte jetzt irgendwas reden, bla bla. Okay, also, ihr könnt jetzt nicht direkt editieren hier, das müsst ihr vielleicht separat machen, aber ich glaube, wenn ihr euch am besten am PC sowieso eigene macht, ist das vielleicht praktisch. Keine Ahnung. Ja, ansonsten, ein Punkt, der auf jeden Fall noch zu erwähnen wäre, hier, wenn man zum Beispiel auf, das ist für mich sehr, sehr praktisch, ne, so. Also, wartet mal, jetzt höre ich mich wieder. Seht ihr? Also ich kann jetzt im Prinzip einstellen mit dem Pfeil und hier, wobei ich will es gerade nicht verändern. Jetzt habe ich es allerdings schon verändert. Hier könnt ihr ganz genau einstellen, wie ihr es hört und wie laut es der Stream hört. Beim Quick Mix geht es ein bisschen anders, da habt ihr im Prinzip so einen Unterschied. Also dort, wo ich bin und dann könnt ihr die Differenz einstellen, die dann, wenn ihr parallel dreht, mitdreht. Aber hier müsste ich eins erwähnen, das ist mir im letzten Stream aufgefallen, wo ich das benutzt habe. So wie ihr das abhört, ist es ganz anders wahrnehmbar im Stream. Denn persönlich, und ich habe eben nur den normalen Standardmodus genutzt, habe ich Musik im Hintergrund laufen lassen und ich habe es selbst persönlich im Verhältnis zu meiner Stimme sehr leise gehört. Und alle Leute haben sich beschwert, die wäre viel zu laut. Dann habe ich mir den Stream in der Nachricht geguckt und der Unterschied war deutlich größer. Also ihr müsst im Prinzip deutlich leiser einstellen für euch, so wie ihr das hört, für die anderen. Aber da denke ich mal, ihr müsst einfach ein bisschen Erfahrung sammeln, gerade wie ihr das mit den Quick Mixes macht. Aber super praktische Sache, Farben könnt ihr auch einstellen und so weiter. Aber ihr könnt jetzt im Prinzip einstellen, wie ihr euren Sound hört und dann nochmal komplett unabhängig davon, was die Leute eben draußen hören. Dann könnt ihr hier auch noch eben Send to USB 3.4 nutzen und Send to NDI, statt eben USB 1 bis 2. Was ihr allerdings hier auch noch machen könnt, ist, wenn ihr hier drin seid, könnt ihr für den Kanal, ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, wie das geht, aber ihr könnt einen Equalizer auf den Kopfhörer setzen. Ich bin gerade, glaube ich, ein bisschen blöd, aber ich weiß, es geht. Glaubt mir. Okay, nochmal kurz eine Sache, die mich ein bisschen stört. Es gibt leider gar keinen Regler für den Master Out, also für den Lautsprecher. Das ist dann nur per Touch. Das ist blöd. Also auch da hätte ich es gern, dass man das selber konfigurieren kann, dass ich jetzt zum Beispiel sage, ich brauche Channel 11 bis 12 nicht, gib mir den für den Master Regler. Das sollte man, man sollte einfach mal auf mich hören, würde ich mal sagen. Das ist sowieso immer schon von Vorteil. Da gibt es auf jeden Fall noch einen positiven Test, weil ihr da halt macht, was ich will. Nee, Spaß beiseite. Also das ist so noch ein Punkt. Vor allem, dann müsste ich noch eine Sache erwähnen. Da bin ich allerdings auch vielleicht ein bisschen zu dumm. Wenn ich den Ton laufen lasse über die Lautsprecher, ist das Monitoring an. Also im Prinzip, das habe ich dann Echo, weil das Mikrofon praktisch an die Lautsprecher ausgegeben wird. Also das verstehe ich nicht ganz, denn mit allen meinen anderen Interfaces, so viele sind es zwar nicht, aber Loid Connect 2, Loid Connect 6 und so weiter, über die Lautsprecher höre ich auch nur den PC-Sound, nicht den Mikrofon oder Stream-Sound. Das kann man eventuell irgendwo einstellen, aber vielleicht war ich auch einfach ein bisschen zu schwer von Begriff. Aber ansonsten, glaube ich, sind wir alle Optionen durch. Deswegen, falls ihr nicht irgendwas vergessen habt, würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal kurz durch alles durch. Und dann sage ich, was ich Hardware-technisch gerne geändert haben würde und Software-technisch. Okay, noch einmal. Verarbeitung, wie gesagt, leicht über Mackey-Standard. Das heißt, Mackey-Standard ist so ein bisschen hohl und klapprig. Hier ist es ein bisschen dichter und ein kleines bisschen knarzender, aber ist völlig okay. Dafür, dass das Ding ja im Prinzip auf dem Tisch steht und ihr auch nicht ständig dran rum, vor allem drückt, passt es. Dann Eingänge für zwei Leute, also eben für zwei XLR-Eingänge und so weiter, für einen normalen Einsatz. Wenn man eben zwei Mikrofone nur dran hat, habt ihr, glaube ich, genug Inputs, genug Outputs, genug Einstellungsmöglichkeiten. Es ist sehr, sehr einfach, weil ihr könnt, wie gesagt, ja eben alles auf SD-Karte, USB-Aufnehmen. Und dann gibt es auch diesen Auto-Mix. Ganz kurz zu dem Feature, da ich alleine aufnehme, kann ich das nicht machen. Aber wenn zwei Leute halt reden, mixt der selber gleich. Und laut Curtis Judd, der das Ding ja sehr, sehr gerne nutzt. Und der ist ja auch vom Großen aufs Kleine gewechselt, weil er sagt, er braucht diese ganzen Inputs nicht. Und das Kleinere ist halt praktischer, weil es kleiner ist. Der sagt halt, das ist super praktisch, wenn mehrere Leute reden. Das pegelt halt für einen selber gleich ein. Gerade wenn ihr ein Anfänger seid oder euch gar nicht drum kümmern wollt. Passende Sache. Weil im Prinzip könnte irgendeiner, zwei totalen Newbies, das Ding in die Hand drücken, sagen, drückt Auto-Mix und das Ding läuft. Weil alles andere ergibt sich ja sehr, sehr leicht. Denn das Ding, das drei verschiedene Modi hat, ist sehr, sehr einsteigerfreundlich, hat aber auch die ganzen Pro-Features, die ihr gesehen habt. Aber gerade mit NDI, mit den ganzen Equalizers, mit den ganzen Effekten und so weiter und so fort. Dann eben, ja, darauf bin ich noch gar nicht drauf eingehen, die Qualität der Pre-Amps. Die sind absolut sauber. Ich habe es ja verglichen. Im Vergleich mit meinem Lloyd Connect 2, das er schon sehr, sehr gut hat, ist das hier minimals besser. Macht im Alltag nichts aus, aber ist minimal besser. Am Anfang habe ich es anders gesehen, weil ich dachte, es rauscht immer noch sehr stark. Aber das ist mein verdammtes Lloyd 140R, das ist halt leider, ich mag es vom Klang her, aber eben leider sehr, sehr stark rauscht. Dann, ich mache mal das raus, das lenkt mich ein bisschen ab. Kopfhörerausgang habe ich mich ja damals beschwert, der rauscht ein bisschen. Hier konnte ich es jetzt persönlich so nicht unbedingt wahrnehmen. Und wenn, dann ist es so minimal. Mein Gehör ist schlechter geworden, dass ich es jetzt nicht mehr wahrnehme. Entweder ist der hier cleaner geworden, der auch übrigens vielleicht zum Rode besser sein soll. Denn ich habe ja damals gesagt, der rauscht hier, Rode ist besser, obwohl ich ja Rode nie getestet habe. Habe ich in einigen Tests gehört, dass der Rode Kopfhörerausgang sogar wirklich noch einiges schlimmer rauschen soll. Also der hier für mich diesmal, obwohl ich ja da pingelig war beim Alten, zufriedenstellen. Auch die Outputs für die Lautsprecher und so weiter. Pre-Amp sauber, Features, die Effekte, alles sauber. Deswegen, das ist jetzt wirklich von der Feature-Palette, von der Qualität, vom Umfang, vom Bedienerfreundlichen und so weiter, wirklich top Gerät. Wir kommen noch zu den Alternativen, aber jetzt erstmal noch, was ich gern erändert haben würde. Erstens mal, vielleicht ein bisschen robuster bauen. Dann vielleicht, das habe ich ja schon erwähnt, wobei ich jetzt vielleicht ein paar Sachen vergesse, vielleicht ein extra Regler für die Lautstärke oder dieser eine Custom-Regler, dass man da das noch ein bisschen speziell anpassen kann. Dann, was noch? Ich glaube, Hardware-Technisch hat mich da nicht wirklich was gestört. Ansonsten jetzt Software. Gebt mir die Möglichkeit, vielleicht die Eingänge zu sortieren, dass ich sage, der ist an dem Drehregler, wenn ich andere nicht wirklich brauche. Das wäre saupraktisch. Dann gebt mir irgendwie die Möglichkeit, vielleicht diesen gelockten Regler zu haben, wo ich immer meine Lautstärke vom Kopfhörer regeln kann. Denn oft, wenn ich Features verändere, sind die Drehregler ja was anderes. Und es ist cool, dass die Kontextbasen, also je nach Feature, das man gerade einstellte, die was anderes machen. Aber Lautstärkeregler will ich immer separat. Ich glaube, das ist bei einem Rode auch so. Ansonsten, das mit den Medien, bei den Pads, vielleicht könnte es ein bisschen praktischer sein, ein bisschen vielleicht flexibler, aber persönlich jucke mich das nicht. Alles andere passt soweit. Ja, also viel ist es gar nicht mehr diesmal, so muss ich sagen. Okay, kommen wir kurz zu den Alternativen. Wobei, wie gesagt, jetzt möchte ich nicht allzu sehr drauf eingeweiht, weil ich sie halt nie getestet habe. Auch wenn ja jetzt eine Mackie Rode gehört im Prinzip, habe ich leider immer noch keinen Zugriff auf Rode, um es genauer testen zu können. Denn es gibt einen Rodecaster Pro 2, das ist im Vergleich zum DLC Creator dann. Das DLC Creator kostet mittlerweile 6,95, kostet allerdings das Rode 630. Ist also billiger. Und damals habe ich gesagt, wie kann sich das Mackie trauen, ein Gerät auf den Markt zu bringen, das teurer ist und vielleicht bestenfalls gleich gut. Also wenn es nach Curtis Judd geht, der hat beide und der nutzt das Mackie. Also dem könnte im Prinzip egal sein, der Preis. Und der findet das, ich sage jetzt mal, teurere eben trotzdem besser. Aber jetzt, wenn es mal klein ist, dann ist es einfach so, das DLC Creator XS kostet 530. Und ich habe vorhin gesehen, das Rodecaster Duo kostet 440. Das ist jetzt fast ein hunderter billiger. Auch da wahrscheinlich gehe ich mal davon aus, finde der Curtis Judd ist besser, weil das gerade sein allerliebstes ist und der hat alle getestet, der weiß es besser. Würde ich allerdings wirklich gerne mal Rodecaster im Vergleich testen, um zu sehen, ob wirklich Kopfhörerausgang stärker rauscht, ob die Preamps vielleicht nicht ganz so gut sind. Weil das hat ein paar Features, die mich persönlich reizen. Aber wenn ich nach seinem Test ausgehe, was er alles besser fand, also wenn er, deswegen im Prinzip mache ich einen Test, um zu sagen, guckt euch einen anderen Tester, der weiß es eh besser. Nee, aber der benutzt so Dinge deutlich öfter. Ich für meinen Teil finde ein paar Sachen vom Rode spannend klingend, wobei ich halt nicht weiß, ob das auch wirklich gut ist. Vielleicht klingt es nur gut, wenn man so sieht. Denn bei dem Ding dachte ich auch, es wäre alles perfekt, dann habe ich es hier und dann merke ich so ein paar Sachen vom täglichen Handling und so. Aber das ist auch zum Beispiel ein Punkt. Ich sage dieses Lautstärkeregeln und wenn ich Features verändere, ist es ein bisschen unpraktisch. Aber wo ich es jetzt eben mal im normalen Einsatz hatte, auch gerade im Stream, was mache ich denn groß? Ich ändere vielleicht die Quelle von der Musik her oder so weiter. Aber ich werde nicht mitten im Stream auf einmal Equalizer versuchen einzustellen oder dann rummachen an irgendeinem anderen Regler, dass ich meine Lautstärke nicht mehr regeln kann. Also das sind eigentlich, ich sage jetzt mal, untypische Szenarios gewesen, wo die Bedienung vielleicht jetzt nicht so super komfortabel ist, die allerdings im Alltag gar nichts ausmacht und ich habe da so stark drauf rumgeritten. Also, DRC Creator, besser. Was war das? Irgendeine Sirene? Besser, als ich es damals habe hingestellt. Wie gesagt, ich habe es schon gesagt, wieso und so weiter möchte ich auch nicht grob stellen. Aber das hier gefällt mir alles in allem besser. Ich persönlich mag Drehregler besser als die Dinger. Vor allem, weil es halt in Verbindung mit einem OSD-Display ist und so weiter. Aber Features sind alle da, Qualität ist da. Die Größe macht es mir deutlich einfacher, zugänglicher. Und deswegen, ja, es gibt Empfehlungen, wobei ich immer noch sagen muss, 530 Euro ist recht viel. Ihr habt ja zwar alles in allem Pro-Tower oder Pro-Sumer, sagen wir mal, Gerät, kriegt das eventuell bei Rode ein bisschen billiger mit 90 Euro. Aber ich sage euch auch da, selbst wenn es jetzt 90 Euro sind, weil es vielleicht viel ist, aber das das bessere Gerät ist, glaubt mir, das ist, sagen wir mal, 20% mehr Preis, aber wenn es auf Dauer dann einfach das für euch passendere Gerät ist, dann ist es das von aufgeregt wert. Weil ich habe einfach in letzter Zeit immer öfter festgestellt, wenn man ein bisschen spart, um, dann sagt man halt, ein paar Kompromisse einzugehen, auf Dauer sind es die manchmal nicht wert. Bestimmte Kompromisse, ja, wenn man sagt, ja, das und das, zum Beispiel Kopfhörerausgang, juckt der mich bei so einem Ding wirklich? Ich benutze Kopfhörer nie an sowas. Wenn immer ich einen Kopfhörer nutze, abgesehen vom Monitoring, wo die Qualität ja dann sowieso nicht wichtig ist, nutze ich sowieso meine Hi-Fi-Decks und so weiter. Oder bestimmte Sachen. Weil ich höre nie mich wirklich ab. Ich vertraue den Geräten einfach. Ja, mehr als lange Rede, kurzer Sinn. Wirklich ein nice Gerät. Und allein schon dadurch, dass es jetzt halt wirklich kompakt ist, ist es so viel nicer. Und jetzt werde ich es halt auch nutzen, weil jetzt passt es auf den Tisch. Das alte, keine Chance. Ja. Ich glaube nicht, dass der Test jetzt zu positiv war. Also ich wollte jetzt nicht überkorrigieren, weil ein paar Sachen hätte ich schon gerne anders. Aber ich finde es echt cool. Also jetzt passiert nicht mehr so viel, aber dass damals halt NDI dazugekommen ist und dann Ducking ist dazugekommen, soviel ich weiß, gab es das am Anfang nicht. Dann noch eben ein paar Sachen mit den Pads wurden verändert. Voice-Effekts sind dazugekommen. Auch wenn jetzt noch ein bisschen limitiert, aber dadurch, dass es ein offenes System ist und eben Mackie sagte, ja, das liegt uns viel dran. Wir werden da dran arbeiten. Jeder Tester sagt, er kauft ein Gerät so, wie es zu dem Zeitpunkt nicht, was es mal werden könnte. Aber gerade nicht jeder kauft es am ersten Tag und nach einer Weile. Also das Gerät, jetzt vielleicht nicht das, weil die Software ist jetzt gleich überbekannt, ist, seit es rausgekommen ist, auch wirklich besser geworden, hat Mehrwert gebracht. Also im Prinzip ist es auch, wenn der Preis vielleicht jetzt nicht so sehr gefallen ist, ich glaube um die 70 Euro, durch die besseren Features, das Preis-Leistungs-Verhältnis eben doppelt besser geworden. Also preisbilliger Features besser. Und das gibt es heutzutage nicht so oft. Und dann. Ja, das ist geklaut von Gerald. Und dann. Ja.